Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Secret im Live-Let's-Play auf nach Downtown Sydney. Die Zerstörung des Ion-Kanon-Kontrollzentrums war ein schwerer Schlag für die GDI-Kommandeure in Sydney. Das Oberkommando der GDI hat bereits die vollständige Evakuierung aller Zivilisten angeordnet. Schimmen Sie sich mit der GDI ab, um die Evakuierung durchzuführen. Wehren Sie den Angriff der Aliens ab und schützen Sie die Ox Convoys, die die Bewohner der Stadt in Sicherheit bringen sollen. Ernten Sie aus dem genug Tiberium, um unser eigenes Überleben zu sichern. Kein Strom mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Strom. Das Gebäude brauche ich hier nicht. Ja, äh... Passt so. Du kannst da rein. Gehört? Sie haben die Raketen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Raketen, wir haben die Raketen. Warten wir da drin. Dort nisten wir uns ein. Hä? Wir haben die Raketen. Warten wir da drin. Dort nisten wir uns ein. Mir kann nicht auch gefallen, wann ich das gemacht habe. Warten wir da drin. Dort nisten wir uns ein. Hm. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Was ist unser nächstes Ziel? Sieht sicher aus. Wir haben die Raketen. Haltet die Augen offen. Dort nisten wir uns ein. Wir haben die Raketen. Ja, komm mal. Wir haben die Raketen. Wir müssen hier nicht die OX-Konvois sichern, sondern hier das EU-Kanonen-Kontrollzentrum. Ah. Such eine gute Position. Ausbildung. Raketen bereit. Ich hoffe, Kellian weiß, was sie tut. Mir gefällt das alles nicht. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Schießt auf alles, was sich bewegt. Warten wir da drin. Dort nisten wir uns ein. Ausbildung. Und da will ich noch welche reinsetzen. Wir haben die Raketen. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Gebäude verkauft. Wir haben die Raketen. Raketen einsatzbereit. Tiberium-Belastung gemessen. Das sieht sicher aus. Was ist oder nächstes Ziel? Raketen bereit. Das ist doch alles, was sich bewegt. Ah. Ja gut. Ich verstehe. Buzzer. Avatar bereit. Äh. Reine Gehörnste bitte nochmal. Wird das hier oben haben. Tiberium abbrauen. Und wir waren mal richtige Revolutionäre. Bau abgeschlossen. Avatar, the advantage is ours. Our power is a liar. Wir kämpfen für Nutt. Besetzt es. Einheit wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Einheit befördert. Wir haben die Raketen. Raketen einsatzbereit. Dort nisten wir uns ein. Äh. Ausbildung. Ich habe die nicht noch reingemacht. Egal. Avatar, wir haben die Raketen. Ausbildung. Raketen bereit. Ach so. Oh. Äh. Gebäude ist. Alle. Sieht sicher aus. Schießt auf alles, was sich bewegt. Und dann da rein. Erlteam erwartet. Befehle. Einheit wird angegriffen. We are the chosen. Die Buzzer da. Ja, gut. Ja. Buzzer immer wieder lustig. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Zu wenig Energie. Hä? Okay. Shadow Team. Wir haben die Rechte. Unzureichende Mittel. Oh, die kommt doch hier ganz gut klar. Wir sind voll. Und die sind festbesetzt. Das ist super. Shadow Team bereit. Ein Geld. Oh, come on. Meins. Irgendwie. Unterwegs. Aber der Arm ist frei. Oh, die Kiste ist immer die schlimmste. Das ist unser Weg. Da hat der Buzzer wäre schon tot gewesen. Wir haben die Raketen. Aber die Antwort ist nein. Die müsste, ja, die wird ja nächstes hier oben rein feuern. Manchmal machen die Skrin die GDI fertig. Manchmal nicht. Kommt immer auf die Motte an. Ich hab schon beides erlebt. Die kommen hier gar nicht hier drauf, klar. Also, ne? Also, die schaffen es hier null. Ob und zu töten sind, nein. Aber das war es dann auch schon wieder. Piu. Ich hätte ihn mir hierhin eingesetzt. Aber das ist nur meine Meinung. Kommt schon mal dahin. Avatar. Initialisiere Videoabblick. Sie trifft keine Schuld, Commander. Aber wer auch immer verantwortlich ist für diesen Verrat, der wird meinen Zorn spüren. Und bis dahin vernichten sie die Überbleibsel der GDI. Mit Aurora-Waffen. Wenn sie wollen. Empfange Nachricht. Kane hat wieder die volle Kontrolle übernommen. Neues Einsatzziel ist die Vernichtung der GDI. Das wird jetzt ein mächtiges Butterboom. Stimmt das? Ja, Kane lebt. Neues Bonus-Ziel. Ziel Welt. Kane lebt. Ich wusste es. Er ist der wahre Messias. Bye, bye. Aurora-Bombe! Dätung! Not wendet sich gegen uns! Wow! Wir hätten diesen Not abschauen nicht trauen dürfen. Hat sich nicht mal zerstört. Ihr habt zuerst angefangen. Alter, das ist alle drei Minuten. Kann man da Aurora-Waffen einsetzen? Alles klar. Was? Not wendet sich gegen uns? Ja, vielleicht. Doch. Ich habe mehr Avatare als du. Irgendwas an Verteidigung hast. Okay, Luftseinheiten sind was anderes. Aber das ist ja von den Scrin. Er wollte die. Ich hätte doch vielleicht darauf gehen sollen. Ah. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Nicht so wild. Ich war niemals auf der GTI. Ah. Piu. Und auch das da. Dann tschüss. Das ist gut, GTI. Die Welt hat mich wieder mal vorschnell begraben wollen. Wie konnten meine eigenen Brüder glauben, die Vorkommnisse, die sich im Prime-Tempel ereigneten, wäre nicht exakt geplant gewesen? Einen Hinterhalt meiner eigenen Truppen konnte ich selbstverständlich nicht vorhersehen! Von Killians Frechheiten, die nicht zu zählen sind, ist die Behauptung, die Besucher wären eine größere Gefahr als die GTI, ein Schlag ins Gesicht für mich und die Bruderschaft. Für diesen Frevel muss sie bestraft werden. Sammle ein Team deiner besten Soldaten und stürme unseren australischen Stützpunkt. Kirlian hält sich dort versteckt. Du musst sie finden. Lebend, wenn möglich, aber verschone nicht einen ihrer Anhänger. Jupp. Werden wir machen. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank für's so sehen, falls euch der Pfad gefallen hat, lass doch ein Like da. Und wir hören uns beim Ayas Rock in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Shereo. 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 Shereo.